Was hab ich? Wo ist das herzliche Gewehr? Nein hab ich noch nicht, danke! Nach 2 Minuten ist das weiter Auto fertig. Ja! Scheiße! Ne scheiße ist er nicht. Doch, wir brauchen Maschinengewehrteile. Setz doof. In Bremen gibt's nur Fisch und Chips? Ne, also da ist er mir auch wieder ohne. Ne, 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 ne. Nicht ganz. Gibt's doch noch 2,3 Sachen mehr, ne? Ne, 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 so nicht. So, bisschen Sprit einpacken. Ich werd jetzt mal den ganzen Scheiß, den wir verkaufen können, zum Händler bringen. Ja, mach das mal. Und das restliche Zeug können wir ja dann für den Umzug nehmen. Ich geh mal eben nach unten, ich mach mal eben her für euch. Ja. Oh, danke für die Schüsse. Schau gleich. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Boah, der hat früher in der MP5 bekommen. Echt? Ne, ne, ne. Sehr geil. Boah, dankeschön, Bailey. Oh, sehr nice, danke. Okay. Dann brauch ich ja jetzt auch halt mich vorbereiten, ja. Hast du auch so welche Namen? Ich hab gar keinen, ne, da hab ich noch gar nichts gemacht. Wo ist denn das? Ist auch so geblieben. Verarschen? Hm, ich hab nix draus, ich schwör. Bist du weg, oder was? Ich hab das doch hier hingestellt, oder nicht? Vorne. Da bin ich halt blöd. Kann ich nicht beurteilen. Ein Auto ist weg. Ernsthaft? Ja. Hä, wie geht denn das? Ey. Ne, das ist ja auch gerade ein bisschen sauber, ey. Das wär natürlich jetzt bitter. Da, da hab ich wieder hingestellt. Hab ich sogar nachgeschlagen, ey, aufgeschlagen. Das wär natürlich jetzt wirklich bitter, wenn das weg wär. Hier ist auch nirgendwo. Im Implantar. Ne. Weg. Boah. Ich streue Salz in meine Wunden. Ist das jetzt wirklich weg? Ne. Schau mal hoch. Schau mal hoch. Warum soll ich denn hochschauen? Hä? Wie unten? Tja. Im Boden reingeschlüsselt. Oh, nö. Ganz saft. Kommt man da an? Das ist natürlich auch sehr nice. Das ist mir doch letzte Woche auch passiert. Wie locken? Und meinst du? Was heißt das wieder? Ich so raus und wir rein? Oder was? Anscheinend, ja. Aus und einloggen. Oder den Server neu starten? Kann das sein? Nein? Nein? Wie nein? Nein? Nein, brauchst den Server anscheinend nicht neu starten. Nö. 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 Sehr gut. Burst du? Bin ich halt am Burst du gestorben? Kann das sein? Ach. Schieß mal. Wie soll ich nämlich sprengen? Okay. Welche muss er wissen? Der hat Ahnung. Wenigstens einer. So. Ach, ach so. Ich bin mein Böffel los. Bist gestorben oder was? Ja genau. Das war der Virus, ja. Ja, ja, ja. Ähm. Mein Pumbruder genau ist hier. So. Das ist aber jetzt ehrlich, finde ich, gell. Das ist wirklich doof, ja. So. Ja, also langsam müsste ich ihm ein Ursein geben, das Virus. Das stimmt. Ha, ha, ha. Ach. 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 Ja, ha, ha, ha. Oh, wo ist denn der ganz? Der ist ganz unten, am Mapende. Ja, genau. Dann hoff mich so verarschen, wenn der schwimmt, ey. so die fahrradteile verkaufe ich auch mal die brauche kein mensch mehr das verkaufen weg verkaufen 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 nein haben wir alle 2500 hier tiefer und schneller hallo was ist hier los also wir sollten aber mal ein zumindest aufheben für die da brauchen wir keinen aufheben das blödsinn na frau sie es wird da weiter wo wir erst dann aufhört haben hallo habe ich irgendwas gemacht was denn ich habe mir hause ich bin doch so blödsinn spreng was war denn hier was jetzt weg ist was ist denn los bei dir schon wieder ein bisschen leicht horny hallo ich weiß ja nicht was hier los ist die videos darf ich nicht veröffentlichen nachher ist ja ekelhaft ach ich finde das lustig haha jetzt auf einmal sag mal machst du Munition oder warum hast du mal die ganzen Patronenhülsen und so weiter genommen ja mach ich und die Schmieden habe ich gerade schon leer gemacht brauch hier mal Schimmis was ist das jetzt mein Auto hier Alter das ist mein Auto los wir müssen fahren ich muss erst mal zum Händler habe ich gesagt das ist mein Auto habe ich eingepackt warum ja bevor es der wieder wegpackt nee das ist nur auf dem Boden hier sagte er und suchte sein Auto nein ist wirklich so hast du dein Auto jetzt schon vollgepackt nein wollte er mal tanken Junge der macht mich fertig der macht mich echt fertig ja das will ich auch Wahnsinn wenn wir mal ein bisschen Let's Play fertig sind bist du ein psychisches Frasch absolut ich bin weg dir ich bin weg dir ähm dann können wir mal oben packen erstmal alles da rein hallo tschüss tschüss ne das brauchen wir so und so so und so da gibt es ja noch ganz andere Fahrzeuge ne und und Sachen ja auf jeden Fall da müssen wir dann nochmal gucken äh 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 schon weiß ich nicht weiß ich nicht noch nicht noch nicht noch nicht ja alles rein ja und ab ins Auto zack zack äh 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 hat er das ist gut das ist gut so mein Auto voll äh 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 uli haben wir noch so was datet irgendwas sinnvolles heute zum那個 Agent gewesen oder ne tag 10 oder tag 11 sieht aus als ob aber die Fissen sind bald alle wieder 66 105 scharfschützen gewähne scharfschützen gewinnt sturmgewehr werden ich erscheine stahl axt dankeschön aber aber fahren muss noch ein bisschen üben very nice 47 24 so pass auf das kriegst du noch geschützt haben behalten ansonsten habe ich alles einmal im post ja wohl vielen dank legge sehr nice zuckerbrot und peitsche erstmal bisserl ammo und dann ich habe schon lange abgesagt ja alkohol macht benneholen ich glaube seit 2000 und das 2015 ja lass mal kurz überlegen ja ich auch ich auch seit 2015 genau 15 bei mir ist es 2015 ja da fährst du genauso wie mein mann da fährst du genauso wie mein mann das ist gut oder schlecht ja also da sei freut mich echt ja absolut weil ich wollte das leben von bald aufheben echt gehabt da 1 2 zuvor weil naja jetzt macht mir spaß ich dich noch mal umgekriegt ein menschen also hallo habe ich weiß hier waffe bei mir mann so postman wenn der postman zweimal klingelt kommt wenn man schon in der hand haben dann können wir so gläsen oder zack für den thunfisch reingezwingt so restliche gedöns kann man auch noch mitnehmen ja weißt du mich immer an kacken mit den kisten aber selber genauso sein was denn was denn wie denn was habe ich denn gemacht gar nix ja aber du hast ja die eine wo du die gesetzt hast hast du nicht aufgemacht mein freund ja was ist los wo ist ein eingangs wieder baylin vielen vielen dank für 115 bütz danke spille vielen vielen dank sehr lieb von dir oh danke für die schiste aber ich bin doch schon zu überladen danke ist ein luft oh 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 ich will den bauplan hier ich will mal bauplan irgendwo war eine tür also es kann an vier seiten waren türen glaube ich oder an drei wo bist du denn jetzt überhaupt ich bin doch daheim ich mach die karre voll ich mach die karre voll ja ich nehme mal ein paar werkbänke mit und das ganze zeug aber dann können wir schon mal wenn bevor wir wieder herfahren schon was anschmeißen die Brühe ist noch voll mit zombies ach hier geht es noch weiter und ist das hier weiß wieder keiner Albi hallo ja Albi ist noch hoch ja so das läuft auch noch Albi Albi ich bin nicht ich höre sie gebiet sehr schön die blaue base ja genau zup Feuer nehmen wir auch gleich mit ja boh hier ist das ja hier ist leer 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 Bis auf die Schmiede, die läuft hier noch durch, ja, hier läuft auch noch durch. Warum ist die Tür schon kaputt? Hier war eben eine Heide. Geronimo, so, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Oh, mehr, krass, fünf Stück. Bist du außen rum gefahren oder querfeld ein? Werfeld ein. Ich hab Angst. Wenn du draußen einkommst, kannst du mal die Spinne wegmachen. Weißt du, ey, ich dachte, wie der die Dreckser wollte. Alter, was ist hier los? Der Startschuss ist gegeben. Startschuss? Aha, machen sie nicht alle? Nee, Bailey hat gerade hier das Earhorn gedroppt. Achso. Das ist wahrscheinlich mein ganzes Dich halt hier oben im Auto. Das ist eine Hupe fürs Auto. Das wär geil, stimmt. Wenn das die Hupe fürs Auto wär, das wär schon geil, ja. Hätte was auf jeden Fall. Aber die anderen Autos haben, glaub ich, auch andere Hupen hier, ne? Ah, nee, das war eine, äh, andere. Ja. Huch. Äh... Das weiß ich nicht. Ne, aber... Hatten wir nicht auch irgendeinen... Oh, danke Blacky. Hatten wir nicht auch irgendwo ein anderes Fahrzeug, das eine andere Hupe hatte? Danke. Danke, Nova. Thank you. Ähm... Boah... Du hast Fragen gestellt, ey. Ja, weiß ich. Dafür bin ich bekannt. Hey, was ist da los? Ah... Oh Gott! Oh Gott? Ja, ich fahr hier über den Berg und auf einmal ist hier so ein fetter Haufen, ey. Fetter Haufen? Ach, Alter, was ist denn hier, ey? Ich fahr mich hier gleich fest, ich seh's kommen, Mann. Ah, nein! Die Spinne ist... Ah! Ich hasse doch Spinnen, Mann! Was ist die Spinne im Haus, oder was? Oh, ja. Ja, ey. Ich will da halt reichen und dann kommen die Spinne nach unten. Äh, ah, hau ab, Mann! Äh! Also erstmal hier auf die Straße. Ah, du bist ein ewiges Vieh, Mann. Äh. Oh. Ekelhaft. Vor allem die dünner. Die, die, die große. So sieht die wenigstens noch ein bisschen... Ein bisschen komisch... Äh, ja. Okay aus, aber die... Ja, ich habe ein bisschen dünn... Das war aber die mit dem dünnen Bein. Ja, die ist eklig. Die ist echt so. Ah, ekelhaft. Die ist echt eklig. Boah, ein Panda! Ja, ein Panda wäre nicht schlecht, ey. Warst du ein Panda? Jawohl, das wäre auch geil. Wäre auch cool. Hätte was. Ja, ähm. Oh, ey. Wie du hier bei jeder Bodenwelle die Karre verlierst, ne? Oh. Vorsicht! Oh. Oh, oh. Oh, ich höre jemanden. Der hat Wolf überfahren aus Versehen. Ach, das machen wir nicht. Alter! Ich habe so ein paar Bücher. Hallo, ihr ist besetzt. Hallo! Ey, sag mal. Da haben wir mein Auto. Habe ich gar nicht. Ist gelogen. Ja, hab ich gesehen. Ist gelogen. Ist irgendwo die Tür offen? Nein. Jetzt schon. Oh, er muss ja alles kaputt machen, ne? Das ist ja typisch, ey. Kannst du Schisten bauen? Ich nicht. Nein! Ah! Aua! Aua! Nein! Ach, das war jetzt aber dumm von mir, ne? Habe ich den Gebietsschutzblock gesetzt bei uns zu Hause? Ja, ne? Äh... Wir haben Fragen stellen. Ja, weil jetzt kann ich... Habe ich dir hier eingesetzt? Jetzt kann ich, glaube ich, das Zeug daheim nicht mal wegmachen, oder? Na, musst du einsetzen. Ach so, aha. Dann daheim. Also im alten Zuhause. Mhm. Das müssen wir erst mal machen. Müssen wir erst wieder zurechtfinden. Hier war das Rammelzimmer. Aber... Hier war das Putzzimmer. Hier war das Büro. Hier war das... Jetzt steht er hier im Weg, Alter. Was mir... Was mir aufgefallen ist... Ja? Wenn man... Wenn man... Wenn man zwei gleiche Schemmetik auf dem Stembreit hat und zerlegt die, bekommt man aber nur ein... Eine Blaupause. Und wenn man die aufteilt, hast du pro Schemmetik eine Blaupause. Okay. Ich glaube, das ist noch ein Fehler hier im Spiel. Das kann natürlich sein. Deswegen teile ich die immer auf. Mhm. Mhm. Hast du die Kisten hier hingesetzt? Äh... 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 Vielleicht... Vielleicht im Auto. Ja. Vielleicht mal eben. Ah... Nein! Da waren Sachen, Sonne! Oh... In der Schiste. Warum hast du denn da Sache rein? Ja, weil ich loswerden wollte. Ja... Oh... Oh... Nein! Das sind da oben drauf! So... Zack! Ja... 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 Äh... Kleberbrusten, ne? Ja... 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 Bitte? Ja... 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 Ich hab noch gar keinen Schlafsack gelegen. Ja... Ja... Ja...